eine neue geschichte für euch teil 3 aus ein meer voller möglichkeiten charlie der delphin alisa eine geschichte in drei teilen von nicole kreativgalerie im sonnenuntergang des spiegelnden meeres und schwammen sie einander ihre flossen berührten sich sanft doch welche zukunft hatte ihre liebe wir sollten ein delphin und eine meerjungfrau zueinander finden alisa wusste sie musste zu ihrem vater arthos erlebte auf dem grund des meeres sie fürchtete sich wusste sie doch ihr vater würde wütend sein ihre mutter ein menschenwesen lebte schon lange nicht mehr seit dieser zeit war ihr vater sehr herrisch und regierte sein volk auf dem meeresgrund mit harter strenge ihm wurde zugetragen dass seine schöne tochter sich seit längerem mit einem delphin abgab mit einem in seinen augen primitiven wesen alisa wollte zu ihrem vater denn nur er hatte die macht er war der zauberer der meere alisa wollte um die liebe zu charlie kämpfen sie war bereit ihr da sein zu opfern arthos er schenkte dem meer die wellen die strömungen er hatte die macht leben zu geben und leben zu nehmen charlie wollte alisa nicht verlieren lieber würde er ein da sein ohne vollendung mit der liebsten führen als auf sie und dem hellen klang ihrer stimme zu verzichten röhr führte ein langes gespräch mit ihr alisa wusste sie wollte ein leben mit charlie auch wenn sie dafür auf so vieles verzichten musste es donnerte sturm war angesagt als alisa mit charlie an der seite ins das reich der meere hinab schwamm blitze zuckten im wasser sie spürte es war arthos ihr vater wütend über das verhalten der tochter sie war eine mehr jungfrau das war nach des vaters willen ihre bestimmung arthos stimme halte durch den grund der meere was wagst du dich tochter du bist die tochter des meereskönigs und bist dabei dich zu vergessen ich werde euch strafen dich und dieses primitive wesen lieber vater gib uns die freiheit egal wie lass uns einander gleich sein eine trainer sanft und leise entschlich sich aus autos augen er dachte an seine verstorbene frau nun wusste er was er zu tun hatte ein riesen donner erschallte im meer strudel rissen alisa und charlie in die tiefe ohrenbetäubende geräusche röhr röhr vernahm dieses unwetter da draußen ein seltsames gefühl beschlich ihn also schmiss er sich seinen abgewetzten regencape über und ging runter zum meer da sah er sie ein junges mädchen und ein junger mann vereint arm in arm liegend ohnmächtig oder vielleicht sogar tot schnell setzte er seinen gang fort die beiden sie lebten röhr schaute irritiert dieses mädchen ihre haare ihr gesicht sie sah fast aus wie die kleine meerjungfrau doch wer war dann der junge mann er öffnete die augen und bröhr blieb fast das herz stehen fast konnte er es nicht glauben es dauerte wochen bis alisa und charlie stark und kräftig genug waren ihrem neuen da sein sich zu stellen alisas vater arthos hatte ihnen ein gemeinsames leben geschenkt und hatte sie zu menschen gemacht heute leben sie an der küste ostfrieslands und charlie wurde ein fischer denn noch immer liebte er die freiheit der meere er der in einem anderen leben ein delphin gewesen war lebte glücklich und zufrieden mit seiner geliebten alisa und am abend sitzen sie häufig am meer und alisa singt für charlie mit ihrer noch immer so klaren und hellen stimme das war teil drei aus charlie der delphin nun ich hoffe es hat euch gefallen und vielleicht folgt ja noch die ein oder andere neue folge wir werden es sehen eure nicole kreativgalerie nun das war mal eine märchenstunde von nicole kreativgalerie mit fotografien von ostfriesland ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe es hat euch gefallen